Hans Müller ist nicht nur Unternehmer, er ist Visionär. Seit der Gründungszeit stellt sich die Hans Müller Unternehmensgruppe stets mit Optimismus neuen Herausforderungen und geht neue Wege. Aus einem kleinen Büro im Keller eines Mehrfamilienhauses und einer handvoll Mitarbeitern hat sich Hans Müller Medizintechnik mit viel Engagement zu einem zuverlässigen Partner entwickelt. Für Hans Müller sind seine Kunden nicht nur Patienten, sondern Menschen. Unsere Patienten sind häufig sehr schwer erkrankte Menschen, die natürlich auch Ängste haben und Sorgen haben. Jeder kümmert sich um seine Eltern oder um seine Kinder und so bringen wir diese Philosophie auch in die Köpfe unserer Mitarbeiter sich, als wären es ihre eigenen Kinder, als wären es ihre eigenen Eltern, sich darum zu kümmern und auch auf die Sorgen und Ängste der Patienten einzugehen. Nur dann schafft man es überzeugend, diese Menschen mit zu begleiten. Mit genau dieser Begeisterung steckt Hans Müller täglich seine Mitarbeiter an. Damit jeder Handgriff sitzt und sich die Patienten sicher und geborgen fühlen, spielt Know-how eine große Rolle. Um am Puls der Zeit zu bleiben, werden die Mitarbeiter ständig geschult. Wir führen regelmäßige interne Schulungen über unsere eigenen Mitarbeiter. Wir haben inzwischen Eigenschulungsbeauftragte im Unternehmen. Wir holen vierteljährlich Expertise von außen, indem wir die medizinischen Fähigkeiten oder Wissen mit Ärzten in unserem Haus schulen. Und unsere Mitarbeiter können natürlich auch diese Krankheitsbilder, die wir behandeln oder mitbehandeln, auch verstehen. Engagement und Leidenschaft, den Kunden und dem Unternehmen gegenüber, zeichnet die Hans Müller Mitarbeiter aus. Die Unternehmensgruppe bietet als Arbeitgeber mehr als nur einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einer wachsenden Branche. Teamgeist, Hilfsbereitschaft, Firmen-Events und eine gesunde Work-Life-Balance lassen die Belegschaft als Team zusammenwachsen. Ich fühle mich hier im Unternehmen wohl, im Team. Die Zusammenarbeit passt super. Und auch mit den Kollegen aus anderen Abteilungen, da kann man jederzeit anrufen oder die rufen uns an. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben ein schönes neues Gebäude rundherum. Im Winter schön warm, im Sommer Klimaanlage, sauberer Arbeitsplatz, heller Arbeitsplatz. Das findet man nicht überall. Bei Hans Müller nimmt man sich Zeit für die Kunden. So hat sich das Medizintechnik-Unternehmen am Markt stetig erfolgreich weiterentwickelt und das schneller als so mancher Mitbewerber. Trotz der Firmengröße von mehr als 200 Mitarbeitern an sechs Standorten hat sich das Unternehmen die persönliche Ebene zu seinen Kunden bewahrt. Zuverlässig, engagiert und mit viel Know-how. Und Hans Müller macht weiter. Ein hoch motivierendes Umfeld, die Erweiterung der Firmenzentrale mit modernen Schulungsräumen, einem Ausbildungszentrum und komfortable Studentenwohnungen machen das Gebäude zu mehr als einem Arbeitsplatz. Seit der Gründung bringt Hans Müller zusammen mit den Mitarbeitern konsequent seine Vision voran. Hans Müller Medizintechnik auf den Punkt umsorgt.